extrem ernste besorgnis aus schrieben abgeordnete bei erster linie bitte nicht weiter sagen ich auch mitgekriegt für das präsidenten grab your wallet und denen die ivanka regiert präsident putin der sogenannte muslim bender bundespräsidenten geht der werbefeld zu karl jahren konways zu weit ich hoffe dass ein signal an das weiß brauchen wir doch staatlich